Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, liebe Leute, entschuldigt meiner Kackfrisur. Ich bin hier beim Pascuit Offroad Center. Neues Bike ist am Start. Heute erstes Video mit der Gas Gas, wo wir nicht testen, sondern wir gehen heute richtig fahren. Der Adrian Guggemoos ist da und mit dem gehe ich das erste Mal Enduro fahren. Wir kennen uns seitdem, wir keine Ahnung, fünf Jahre alt sind oder so. Wir haben uns jetzt auch schon wieder ein paar Mal gesehen, aber es hat nie geklappt, dass wir Enduro fahren gehen. Heute ist endlich der Tag und Mario Roman ist noch da. Der kennt das Gelände hier komplett in- und auswendig und wir machen heute zu dritt. Eine geile Enduro Session, also ihr wisst Bescheid. Wird ein geiles Video, bleibt dran, abonniert den Kanal und viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank auf's mir. Nice one, so nice. If you make a small mistake, you're dead. Yeah, you're dead. 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 Nice! Der Schritt ist verrückt! Ja? Es ist ein weiterer Schritt. Du musst den ersten Schritt machen, otherwise du kannst den Schritt machen. Der andere Tag, ich konnte den Schritt machen. Aber mit dem Schritt, ich weiß nicht. Moment. Das Problem ist, wenn man einen Fehler macht, dann ist es gut. Wenn man einen Fehler macht, dann ist es gut. Das ist echt scheiße, wenn man da runter fliegt, ist alles am Aus direkt. Alter, guckt euch mal die Gegend an. Ich muss mich jetzt leider ein bisschen auf den Trail konzentrieren, weil hier rechts geht das Loch runter, aber ihr könnt euch ja ein bisschen hier umschauen. Jetzt ist hier keine schöne Aussicht mehr, aber eben war gerade so geil. Wow! Oh, das ist geil hier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Das Mobil ist ne Waffe, ne Waffe ist das, sag ich euch. Ich weiß das von Videos. Ja, Letty. Ja. Du hast ein paar Optionen. In der Mitte geht es nach links, nach rechts und nach links und nach links. Ja. Oder nach links. Ist es schwierig? Ja. Und wenn du einen Fehler machst, musst du den Motorrad schlafen und nach links. Ja. 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 Ruh, 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 ruh. Ru, ruh, 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 ruh. Halter ist das geil. NIIIIIIIIIIICOĄ Ru, ruh, 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 Das war's für heute. Es war gut, dass ich deine Linie hatte. Es war gut, dass ich deine Linie hatte, bei der ersten Linie. Alter, das ist so krank steil. Alter, das ist so behindert. Wow! Nice! Nice! Das ist wieder der Klassiker. Einfach Kupplung loslassen, dann hat man es. Geil, das macht so Bock! Ich fühle mich richtig wohl. Richtig, richtig wohl! Good job! Cool! Der Schieb ist bestimmt chillig. 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 Wie Mario! Der Schieb ist bestimmt chillig. 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 at the bottom to get the balance Oh Wow Shit Nice line So good I'm gonna try the double of Gilly Nice If you get this good, it's okay Nice one bro But if you make a small mistake, it feels so shit Yeah Sideways Yeah Woohoo So, we just had to cut off the little end of the hang Thank you very much for watching Stay tuned The videos are exciting It's a great time Look up This is the crazy Get in Thank you for watching And See you next time